Guten Tag, herzlich willkommen. Ich habe eine Botschaft für Sie und zwar Erntedank. Das gab es früher immer. Heute gibt es Märkte, wo man kaufen kann, aber die Bauern, die da stehen oder auch die Verkäufer, die haben die Produkte nicht selber gemacht. Und deswegen gibt es die Form des Erntedank-Mandalas, die wir hier auf dem Appelmarkt auf der Burg Klempenow bilden. Wir bilden jedes Mal ein wunderschönes Muster aus gespendeten Früchten des Jahres und da mache ich immer ein schönes Bild mit Freunden oder heute meiner Familie zusammen. Und am Ende ist es ein großes Muster, wo die Menschen stehen bleiben können und sich bedanken können bei Mutter Natur, für das das uns das Leben erhält und uns ernährt. Vielen Dank.